Eine Frage geht noch lauter, vielleicht? Ja, so. Guten Morgen! Ich bin müde, Leute. Ich bin müde, ja. Guten Morgen in meinem neuen Vlog. Daily Vlog. Jo. Jetzt muss ich ein bisschen hier aufräumen, in der Küche. Ja, ungefähr 7 Uhr morgens. Gleich lauf ich zur Schule. Und, ja. Das ist jetzt Gemüse. Ja, also Tomaten, Gurke, Salat. Ja, und das passt eigentlich für mich. Meine Mama hat das gestern für uns gemacht. Und sie hat, sei leise, Oliver. Ich schneide jetzt wieder Apfel, und dann nehme ich noch. Jo. Alles mit, mit zur Schule, und dann kann ich auch was essen. Nicht, dass ich Hunger habe. Leute, ich putze noch. Dann sag ich immer Leute. Weiter, hier ist mein Bruder. Jo, wir haben jetzt Schule. So viel haben wir heute? Oder? Warum willst du nichts lachen, hä? Ja, wir haben, glaube ich, heute bis 15 auf 40. Und heute wird 26. 26 Grad sein. Keine Lust mehr. Echt keine Lust mehr. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Pause. Und ja. Und ja. Eigentlich habe ich die Ergebnisse bekommen. Zurückbekommen also. Jo, in Englisch war das nicht so gut. In Mathe, Mathe und Deutsch ging. Also ist ja sehr gut. Jo. Ansonsten, ja. Zufrieden bin ich. Aber in Englisch habe ich ein bisschen, ja. Das kann ich mal so sagen. Ein bisschen. Jo. Reingejoked, sagen wir mal so. Leute, ich melde mich wieder bei euch. Ich habe jetzt eigentlich Schule. Aber wir sind ein bisschen rausgegangen. Dann kann ich ein bisschen. Du kannst dich unterhalten. Hier ist Adam. Und ja, wir sitzen ein bisschen alt. Okay, ich habe jetzt aus. Ich laufe jetzt nach Hause wieder mit meinem Bruder. Hier, mein Bruder. Den bekommst du mir. Ja, den will ich nicht zeigen. Aber ich habe ihn heute gezeigt. Ja, und ich laufe jetzt nach Hause. Mache ich mir was zu essen. Ich hatte heute 8 Minuten frei. Und ja. Ich bin zu Hause, Leute. Liege jetzt ein bisschen. Weil ich müde bin irgendwie. Und ja. Zurück. Komm, Leon, fang an. Okay, Leute. Wir machen jetzt ein Challenge. Mit Jungs. Mit Leon und Abdel. Mit meiner beiden Freude. Jedes. Also immer 5 Meter Abstand. Und dann muss Ball immer im Flug ankommen. Ins Tor. Ja, wir machen. Wir müssen jetzt messen. Hast du schon Leon? Hast du? Okay. Dann schießen wir. Leon ist die erste Person jetzt. Okay, wir fangen jetzt an. Oli, mach dein Hobby. Drei. Gib ihn. 10 Meter Abstand. Komm, ja, ja. Jungs, wir fangen an. Ich nehm schon auf. Nein, nicht auf. Ich nehm schon jetzt auf. Ich nehm schon jetzt auf. Ich nehm auf, Jungs. 10 Meter verloren. Okay, ja, ja. Let's go. Komm. Failed, Bro. Komm jetzt. Nein, wir lassen alles. Das wird alles bleiben. Komm jetzt. Schieß. Dass du triffst, Abdel. Motiviert? Nein. Ich bin jetzt in der Kelle. Ich bin jetzt in der Kelle. Ich bin jetzt in der Kelle. hier hingebracht. Und was soll ich noch mal sagen? Also ich werde jetzt zwei Stufen machen, Freunde. Fußball spielen. War richtig geil, wir haben ein bisschen Musik gehört, ein bisschen gelacht. So wie das mit Freunden, ihr kennt das schon, ne? Leute, ich geh erstmal duschen jetzt. Nehme ich kurz eben meine Sachen und dann geh ich duschen. Jo, ein bisschen Stinky Miki. Jo. Okay, ich mach mir jetzt was zu essen, man. Ich war so Hunger. Oh Gott. Was haben wir hier im Kurschrank? Ich mach mir jetzt Omelette. Hier Käse, Eier, Salami, Fahne. Dann passt das alles. Leute, rein mit den Eiern. Ich versuche nicht zu knöken, aber Gott. Meine Eltern, Ben, Mann. Ich muss auch nicht so laut sein. Ja, ja. Meine Eltern müssen auch morgen arbeiten. Das können wir jetzt auch schnell machen. Oh Gott. Ach sauerda, Kochwitze glaub ich nicht. Komm, 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 komm. Geschafft. Wir haben das geschafft. Ihr habt mich unterstützt. Machen wir Michi, Michi. Michi, Michi. Ich esse jetzt erstmal. Und jo. Also, so will ich meinen Vlog auch beenden. Jo. Das muss ich euch sagen. Bis morgen.